Ja, willkommen zu einer neuen Folge Cities Skylines. Wir haben das letzte Mal dieses Gebiet ausgebaut, äh, ich meine nicht das, sondern ich weiß es eigentlich auch gar nicht mehr. Ich schaffe mal wieder die Pause weg. Ähm, ich meine wir haben das letzte Mal dieses, ähm, Fleckchen für die Agrarwirtschaft hergerichtet und es wächst diesmal. Also diesmal so richtig. Ähm, ja so viele Strommasten brauchen wir jetzt eigentlich nicht. Warte mal, dann reiße ich die ab, weil die sind ja jetzt eh nicht angeschlossen, dann reicht das ja bis, ja bis hierhin, ne? Gut, dann hätten wir das. Ähm, die erste reale Aufnahme mit meinem neuen Mikrofon, ich hoffe ihr übersteuert nichts und so weiter, ähm, ist für mich wieder eine neue Situation, was die, der Abstand zum Mikrofon angeht. Ähm, ja mal schauen, wie sich das auswirkt. Ja, hier haben wir unsere Problemzone, wobei es staut sich eigentlich nicht wirklich. Es ist fließender Verkehr außer da vorne. Ja, doch ein wenig. Vielleicht müssen wir, ja, da einfach mehr spurige Straßen hinklatschen, ich weiß es nicht. So, ja die Brücke wird wahrscheinlich auch ziemlich schnell verstopft sein, ähm, weil hier auch die Autobahnabfahrt ist. Ähm, das heißt, ich könnte ja mal kurz schauen, ob wir hier upgraden können. Hier eine sechsspurige Straße, könnten wir upgraden. Ob das Sinn macht, weiß ich nicht. Hier können wir es nämlich nicht tun. Es sei denn, er scheint sich nur an diesem Stückchen hier zu stören. Ähm, ja, es wird ziemlich teuer. Ja, pass mal auf, ich rüste erstmal die, äh, Brücke auf. So. Oh. So, hier vorne ist es dann wieder zweispurig. Das bringt jetzt hier nichts. Außer, dass die Brücke schon mal vorbereitet ist. Wobei, wenn ich jetzt hier so eine Alternativstrecke machen würde. Ja, das geht jetzt leider nicht. Und zwar so. Und dann hier direkt an die Brücke. Müsste man eigentlich mal ausprobieren. Ähm, auch ob ich das hier upgraden kann. Nein, das kann ich leider nicht. Ähm. Warte mal. Ich will das nur ausprobieren. Ich habe keine Ahnung, ob das funktioniert. So. Das geht. Also, das würde gehen. Jetzt haben wir hier eine Mega-Kreuzung. Ähm. Aber vielleicht könnten wir dann mit der Schnellstraße... Gefälle zu steilen. Ich gebe den gleich. Ähm. Ja, warum auch immer. Achso, da ist das Gefälle zu steil. Naja. Äh. Ne, das ist es nicht. Wie wäre es, wenn wir hier auch einen Kreisverkehr bauen? Warte mal. Ich werde das mal... Ach, das können wir gar nicht abreißen. Ähm. Ja, jetzt sind die Autos hier wieder ein bisschen planlos in der Gegend. Ähm. Ich will das mal ausprobieren. Großer. Natürlich den Großen gleich. Ähm. Dann muss ich noch ein bisschen mehr abreißen, denke ich. So. Das können wir ja gleich nachziehen. Das ist ja kein Problem. So. Jetzt ist natürlich... Oder so. Jetzt sind die Strommasten im Weg. Ich mache die logischerweise jetzt auch mal kurz weg, damit wir uns hier ein wenig austoben können. Moment. So. Ja, der ist jetzt auch ein bisschen sehr groß. Ähm. Nichtsdestotrotz versuche ich es jetzt einfach mal. Nämlich. Ähm. Ja, es sieht jetzt ein bisschen kacke aus. Moment. So. Gut. Das sollte alles funktionieren. Äh. Hoffe ich natürlich. So. Was mache ich jetzt mit dem? Den können wir ja schlecht hier dran machen. Dann machen wir es halt so, ne? Und... Da wahrscheinlich eh sehr viel Verkehr hier sein wird. Ähm. Aufgrund der Wirtschaft. Ähm. Ähm. Denke ich mal. Können wir auch hier eine, genau, etwas breitere Straße hinlegen. Dazu reiße ich das hier einfach mal alles ab. Ähm. Ähm. Inklusive den Strommasten müssen wir gleich mal neu ziehen. Das darf ich nicht vergessen. Sonst heulen die Leute hier rum. So. Ja, da freuen die sich nicht so sehr drüber. Das haben wir gerade gesehen. Vielleicht stört das die Tiere ein wenig beim, äh, Vegetieren. Ich weiß es nicht. So, jetzt könnte man hier noch Straßen lang bauen für später. Möchte ich jetzt allerdings, ähm, noch nicht. Das heißt, eigentlich könnte man dann ja das Ding abreißen. Wahrscheinlich ist das total die Fehlkonstruktion. Ähm. Achso, hier brennt es. Deswegen knistert es. Warte mal. Hier habe ich irgendwo das Brandzeichen vorhin gesehen. Ah. Wohl doch nicht. Okay. Ein Trugschluss. Ähm. Was wollte ich jetzt tun? Ach ja. Wir brauchen wieder die Strommasten. Ich merke schon wieder, wie ich viel zu nah an das Mikrofon hanggehe aus Gewohnheit vom Alten. So. Dann bauen wir mal hier rüber. So. Dann können wir die hier nämlich auch abreißen. Und es, äh, ja, weiter wachsen lassen. So. Ich hoffe, das, ähm, passt jetzt ein wenig besser. Mal schauen. Ich bin gespannt. Ja, eigentlich hätten wir auch so eine Hauptstraße, ähm, lang machen sollen. Naja. Ach so, da brennt's. Da kommt das Knistern her. Heh. Das, äh, das Viehzeug brennt. Okay. Wir haben ja schon letztes Mal gesehen, dass die Feuerwehrleute durch, ähm, ja, die Autos glitschen können. Nun gut. Natürlich sind jetzt hier Ampelschaltungen. Was auch sonst. Ach, Mist. Die halten so ein bisschen den Kreisverkehr hier auf. Okay, muss aber sein, äh, wir schaffen hier neue Arbeitsplätze. Das ist ganz gut. Wir brauchen aber auch Gewerbe und, ähm, neue Wohnflächen. Deswegen schaue ich jetzt einfach mal, wo wir hier was hinmachen können. Ja, hier könnte man noch ein bisschen Gewerbe hinmachen. So, ich will natürlich ein bisschen Abstand zu den Wohngebieten lassen, denn das Gewerbe Gebiet wird später, ja, ein wenig Lärm erzeugen. So, hier ist alles angeschlossen. Und Strom müssten die zumindest hier vorne kriegen. Ähm, ja, einfach mal abwarten, wie das Ganze so läuft. Okay. Hey, hier staut es sich ein wenig. Ja, Mist. Nun gut. Hier wächst auch alles, beziehungsweise hier ist schon alles ausgewachsen. Das Problem mit der Feuerwehr, wir haben ja letztes Mal auch festgestellt, dass die hier einmal ganz rumfahren müssen, weil die hier kein U-Turn haben. Das ist ein bisschen doof. Ähm, vielleicht sind diese... Doch, die haben eine Ampelschaltung. Ich dachte, vielleicht sind diese Straßen hier zu klein, um als Ampelkreuzung zu gelten, weil das nur so Nebengassen sind. Ha. Gut, das gefällt mir jetzt natürlich überhaupt nicht mehr. Ähm. Pass mal auf, das mach ich wieder weg. Die Ampelkreuzung ist nicht cool. Ähm, die... Warte mal, dann zieh mir die Straße. Was ist das für eine Straße? Die ist dreispurig. Haben wir gar nicht, ne? Ach so. Ähm. Dann bauen wir die hier rum. Und bauen die hier her, oder? Dann haben wir hier zwar eine Ampelkreuzung. Aber jetzt geht das doch in die falsche Richtung, oder nicht? Ja, es geht in die falsche Richtung. Mensch. Wie funktioniert denn das? Ja, ihr merkt schon, ich bin gerade ein bisschen planlos. Muss man vielleicht von hier anfangen? So. Naja, das ist mit den Strommasten ja auch wieder zu schön gewesen. Aber jetzt genau, geht's in diese Richtung? Ah, okay. Man muss also den Start und, äh... Also, ne, die Richtung bestimmt mal mit dem Beginn des Baus. So, jetzt aber. Genau. Jetzt müssen wir die Strommasten hier wieder rüberlegen. Einmal so und einmal so. Ähm, genau, im Pause-Modus bin ich. Gut. Das heißt, hier können die immer noch auffahren. Das heißt, zum Drehen und Wenden müssen die einmal um den Kreis rumfahren. Dann hier rüber und dann an der Ampelkreuzung da rüber. Ich hoffe, das funktioniert. Vielleicht kann man diese Einbahnstraßen auch später für die Brücken nutzen, dass man nur sagt, hier auf der Seite kannst du rüber und auf der Seite in die Richtung. Ja, mal sehen. Da brennt's auf jeden Fall schon wieder. Ne, es ist... Es ist die Polizei. Im Sprinter. Ja, ein deutsches Fahrzeugmodell. Denn, ich kann's ja nie oft genug erwähnen, ich hab ja so ein, äh, deutsches, ähm, ja, Theme installiert mit mehreren deutschen Gebäuden, wie zum Beispiel diese... Die sehen zumindest sehr abgebrannt aus, sind sie aber nicht. Wie man hier sieht. Das ist gerade auch erst gebaut worden. So. Jetzt haben wir ganz schön viel Zeit mit der Straße verschwendet. Aber hier fahren die auf jeden Fall auf. Das ist cool. Das heißt, selbst wenn die über diese Brücke fahren, um auf diese Autobahnauffahrt zu kommen, müssen die nur einen Teilabschnitt, ähm, ja, fahren. Der Rest kommt hier einfach nur runter. Ah, warte mal. Ähm, das können wir doch eben... Seht ihr, das ist scheiße. Ähm, das können wir anders regeln, indem wir hier auch wieder die Autobahn nehmen. Genau, nur sagen... Jungs, hier ist eine Einbahnstraße. Ja, doch, so kann man das machen. Dann kommen die nur noch hier runter. Jetzt sind die wahrscheinlich hier einmal umsonst rumgefahren, aber da müssen die einmal durch. Ja, keine Ahnung, wo die hinwollen, weil wenn die von hier kommen und hier einmal rumfallen, müssen die ja wieder zurück. Das heißt, ja, mal schauen. Einfach mal schauen, wie sich das auswirkt. Und ich glaube, die Straße ist auch ein bisschen über. Oh, hier mangelt es an Einwohnern. Und hier gibt es keinen Strom. Ja, das ist natürlich kacke. Dann müssen wir schnell noch ein weiteres Kraftwerk bauen. Und zwar einmal hier hin. So, dann sollten wir da ausreichend Strom produzieren. Oder sollte ich gleich noch ein zweites bauen? Achso, nicht genug Geld, natürlich. Wir armen Schlucker. Wir haben fast 5000 Einkommen hier, ey. Also 5000 Credits. Ja. So, da ist auch die Feuerwehr im Gange. Hier brennt es auch. Wie sind die da? Hat es da auch gebrannt? Ja, Tatsache. Ich hoffe nur, hier kommt die Feuerwehr auch rechtzeitig an. Ne, das ist ein Hotdog-Wagen. Das ist nicht die Feuerwehr. Da ist die Feuerwehr hinterm Mülltransporter. Ähm. Eigentlich brennt es da, wie sie fangen. Da brennt es auch. Geschäftige Kleinstadt. Ich übersetze es einfach mal so. Okay. Wir haben jetzt Öl-Industrie-Spezialisierung. Ähm. Ich glaube, ich sollte es wieder auf Englisch umschalten, weil die abgehackten Wörter sind jetzt nicht sehr schön. Wir haben einzigartige Gebäude, Stufe 4. Wir haben kostenloser Nahverkehr. Das ist auch cool. Und wir haben jetzt endlich begrünte Straßen. Das finde ich sehr nice. Des Weiteren haben wir Polizei-Hauptquartier, Feuerwehrhaus, Krankenhaus, Ölkraftwerk. Ja, und eben eine gemoddete Feuerstation. Ach, da ist auch die Feuerwehr schon. Mensch, jetzt brennt es aber hier an einer Tour. Gut. Wir brauchen mehr Einwohner, wie wir hier drüben sehen. Ähm. Zudem dürften wir auch Bruchprobleme bekommen mit... Äh. Nicht der Arztpraxis. Mit, ähm, dem Feuerwehr, mit der Feuerwache. Denn hier ist alles ziemlich brandgefährdet. Ich packe die einfach mal hier an die Kreuzung. So. Und eine Polizeistation. Wobei, wir sollen das Vieh schon klauen, hä? Naja. Gut. Dann sind wir hier auch schon mal feuerwehrtechnisch versorgt. Polizei brauchen wir, wie gesagt, dort nicht. Gut. Wir brauchen immer noch mehr Einwohner. Das heißt, wir müssen hier so ein bisschen expandieren. Ich nehme mal diese begrünten Straßen jetzt hier. Ach, das ist nur im Upgrade-Modus. Vielleicht sollten die Straßen auch irgendwann mal upgraden. So. Ich mache das einmal so. Einmal so. Ja, jetzt sieht es ein bisschen rumgeeiert aus. So. Dann können wir hier nämlich noch alles mit Wohngebieten vollpflastern. Hier sollte die Lärmbelästigung durch die Pumpstation ja nicht mehr gegeben sein. Wobei. Ich muss natürlich jetzt noch eine andere Nebenstraße errichten. Also ich muss nicht, aber ich möchte. Komm, wir nehmen diese Alleen. Ähm. Die sind schicker. Das heißt, ich setze einmal hier an, solange hier noch nichts gebaut ist. Einmal so. Einmal so. Und dann hier einmal rum. Ein bisschen, dass das ein bisschen begrünt ist. So. Hier darf auch ruhig ein bisschen Abstand sein. Ja. Nicht zu viel. Nee. Das gefällt mir so nicht. Hm. Wo schließt du mich? Äh. Das war super schlau von mir. Ähm. Wo schließt du mir jetzt die Straße an? Warte mal. Hier. Ja. Würde ich sagen. So. Das heißt, wir haben uns erstmal wieder ein bisschen um die Stadt gekümmert. Wir haben jetzt hier ein wenig schon mal die nächste ähm Ja komm. Ach nee, da wird jetzt gerade gebaut. Das ist natürlich schlecht. Das könnte man sagen. Komm, wir bauen jetzt hier ähm nochmal eben schnell so ein Seitenteil. Einmal so. Eine etwas schärfere Kurve. So. Ah, da ist schon eine Kreuzung. Das ist fies. Ähm. Zu viele. Man sollte, glaube ich, nicht zu viele Kreuzungen ähm Ja, im gewissen Abstand haben. Weil sich das sonst sehr zurückstaunen könnte. Weswegen ich sagen würde, wir bauen die Kreuzung hier hin. Sieht zwar ein bisschen behindert aus, aber naja. Ist halt meine Stadt. So. Ähm. Ich würde sagen, beim nächsten Mal bauen wir das Ganze hier mit Wohngebieten aus. Ähm. Weil hier gibt es immer noch zu wenig Arbeiter. Ähm. Dann sollte man mal zusehen, dass wir hier eine Straße rüberlegen. Ähm. Ach so. Dann sollten wir natürlich noch den Können wir jetzt schon Eisenbahn bauen? Ähm. Ne, U-Bahn nicht. Ich wollte eigentlich genau Zug. Können wir noch nicht. Wir können immer noch ein Busdepot bauen. Ähm. Ähm. Ich würde auch sagen, das machen wir noch eben schnell. Einfach hier an die Kreuzung. Damit wir in der nächsten Folge uns mal ein wenig mit den, ja, Bussen beschäftigen können. Mit dem öffentlichen Verkehrsmittel. Und, ähm. Ich würde sagen, das war's für diese Folge. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei, wenn es heißt, Let's Play City Skylines. Also, bis dann. Ich bedanke mich recht herzlich. Ich bedanke mich recht herzlich.